Hallo, grüßt euch zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Channel. Cool, dass ihr da seid. Ergonomie zum Biken oder Ergonomie beim Biken ist immer so ein Thema, was relativ schnell man auch mit anderen Radkumpels oftmals spricht, hinten überfällt und mit so einem kleinen Kommentar abgetan wird, das passt schon. Oder noch einfach lapidar, ich fahre doch eh bloß im Sommer mal vielleicht am Wochenende ein paar Kilometer. Ja, es muss aber auch da Spaß machen. Und wenn ich die gleichen Radlergruppen dann in der Tour begleitet habe und danach nach 10, 15 Kilometer, dass beim E-Bike ja gar nichts sein muss, merke oder höre, auch der Bobbes schmerzt mir oder die Knie machen nicht mehr ganz so mit oder vielleicht auch das Thema, es war einfach nicht so schön, weil es einfach nicht so rund gelaufen ist, dann kommt ein bisschen das Thema Ergonomie ins Spiel. Ergonomie Basics, hier auf dem Kanal natürlich jetzt kein großes Bike-Fitting-Thema, das soll es auch aktuell so gar nicht werden. So Ergonomie Basics, wie gehe ich einfach an die Grundlagen heran? Heute das Thema Sattelstütze und wie hoch muss die sein? Wenn ihr übrigens keine weiteren Folgen passen wollt zum Thema Ergonomie Basics, auch viel neu zugekommene auf dem Kanal, könnt ihr da gerade mal oben oder unten noch ein Abo dalassen und dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen. Thema Sattelstütze und wie hoch muss die sein? Ihr müsst ein paar Dinge einfach im Hinterkopf wissen. Man kann die zu hoch stellen, man kann die aber auch zu niedrig einstellen. Zu niedrig einstellen heißt relativ hoher Kraftaufwand, für die Knie eine hohe Belastung und Oberschenkel relativ viel Kraftaufwand und dann merkt er immer relativ schnell, dass er da auch sehr schnell an gewissen Ermüdungsgrenzen drankommt. Ist Sattelstütze einfach zu hoch, wird es zu unbequem oder auch nicht wirklich rund zum Treten, wenn ich unten ans Pedal nicht mehr gescheit drankomme. Das macht auch irgendwie keinen Sinn. Deswegen das richtige Mittelmaß zu finden ist einfach da oder das richtige Einstellung zu finden ist relativ wichtig. Wenn ich klar diese Basic-Einstellung gefunden habe, dann kann es immer noch sein, dass ich mit 1, 2, 3 Zentimeter Differenz nach oben und nach unten vielleicht für mich ein bequemeres Position finde. Das mag sein, das ist auch völlig legitim. Da kann man auch einfach mal schauen, wie persönlich man drauf ist bei der ganzen Geschichte. Aber halt auch zu gucken, ihr habt eine Übertragung, bevor wir jetzt ans Rad rüber gehen. Wenn ihr aufs Rad draufsitzt, habt ihr am Rad zum klassisch Touren fahren oder klassisch normal von A nach B zu kommen. Wir reden jetzt hier von keinem Mountainbike-Skills und von keinem großartigen fahrerischen Können, sondern einfach nur von A nach B zu kommen. Muss ich ja schauen, ich habe eine Kraftübertragung aus Hüfte, Knie und dann über die Füße aufs Pedal. Dann guckt man auch nach, dass auch wenn ihr mal wirklich bei längeren Touren fahrt, ich meine nicht die Fahrt zum Bäcker morgens, sondern ich meine bei einer längeren Touren fahrt, dass halt auch die Kraftübertragung aufgrund Pedale und Schuhwerk stimmt, dass man da halt auch nicht allzu viel Energie, ein Riesenproblem, viele Radeln immer Joggingschuhen in der Schuhsohle von den Joggingschuhen lässt. Und dann hat man halt das Problem, dass man halt da auch ein bisschen schneller ermüdet, weil man halt aufgrund der Dämpfung sehr, sehr viel Energie einfach wegwirft. Jetzt gehen wir ans Rad auch mal rüber und dann schauen wir einfach mal nach, wie dementsprechend ich meinen Sattel auf die richtige Höhe einstelle. Zu Beginn brauchen wir erst einmal einen ganz normalen Fahrradlagerständer, dass ich auch mein Gleichgewicht halten kann, ohne großartig einen Freund, Kumpel, Verwandten Hilfe zu nehmen, um mein Rad im Gleichgewicht zu halten. Macht Sinn, ist eine einfache Lösung und damit kann man dann auch schon mal relativ entspannt das Rad auch im Gleichgewicht halten. Was wir dann auch noch brauchen, klar, das macht dann irgendwie mal Sinn. Ist ein ganz normales Fahrrad, mit dem ihr auch normalerweise unterwegs seid. Klar, logisch euer Fahrrad halt. Und dann können wir auch schon mal einen kleinen Rand-Fact dazu haben. Hier, wenn ihr Bock drauf habt, bisschen eure Fahrskills zu verbessern, man kann auch in diesen Lagerständern, ist keine Empfehlung, aber ich mache es immer recht gern, auch mal so gerade den Trackstand trainieren, weil man hat einen gewissen Halt und man kann auch mal diesen Kipppunkt hinten relativ schön rauskriegen und macht auch Bock einfach mal sich bisschen den Fahrskills dementsprechend zu verbessern. Kleiner Rand-Fact. Zurück zum Thema Sattelhöhe. Einfach mal den Sattel auf die richtige Höhe rausfahren. Bei einer Vario-Stütze ist klar, auf die Oberposition, die muss die Fahrposition sein. Mit der Ferse stellt ihr euch auf das Pedal drauf und jetzt Stopp. Nehmt bitte auch die Schuhe zum Testen, die ihr auch nachher zum Fahren nehmt, damit ihr nicht irgendwie unterschiedliche Höhen in der Ferse habt oder die Dämpfung einfach unterschiedlich ist. Dann nochmal von vorne. Einfach die Sattelhöhe rausfahren auf die Höhe, wie ihr auch im Fahrmodus dementsprechend drin seid. Dann aufs Rad einfach draufsteigen. Mit der Ferse aufs Pedal hinten draufgehen, so wie ihr nicht fahrt, aber vom Einstellen ist einfach so, mit der Ferse draufstellen. Und wenn ihr noch auf dem Sattel sitzt und habt eine gerade Hüfte und ihr habt dann, wenn ihr es normal belastet, ein leicht gebeugtes Knie, dann habt ihr auch die Sattelhöhe auf der richtigen Höhe. Dann habt ihr auch die beste Kraftübertragung und dann passt es auch schon. Und das ist eine relativ einfache Methode zum Schauen, dass meine Sattelhöhe für die Fahrposition ganz einfach soweit stimmt. Es ist doch so relativ gut zu machen. Das ist gar kein großer Aufwand. Man kann sogar allein hinbekommen, habt ihr noch einen Freund oder einen Kumpel, dann kann der euch halten, während ihr das Ganze probiert. Das ist genauso auch möglich. Und dann kann man diese ganze Einstellung für die richtige Sattelhöhe einfach vornehmen. Und ihr werdet merken, wenn die stimmt, ist das Radeln deutlich angenehmer, es macht deutlich mehr Spaß und ist deutlich ermüdungsfreier, weil halt einfach diese ganze Kraftübertragungsstrecken dementsprechend sauber stimmen. Und ich glaube, so als Basic-Thema kein Fehler hier auf dem Kanal. Ich bin auch mal gespannt. Ich möchte auch noch mal eventuell die eine oder andere weitere Folge machen zum Thema Ergonomie am Bike. Da könnt ihr schon mal einen Like da lassen. Dann verpasst ihr auch keine weiteren coolen Folgen. Vielleicht aus diesem Thema Ergonomie Basics fürs E-Bike. Ihr müsst aber auch schauen. Wir reden immer wieder an dem Thema dran. Wir wollen immer wieder mehr haben. Wir wollen immer leichtere Bikes haben, weil die leichtere besser kann ich ja fahren, klar. Beim E-Bike oftmals gar kein Thema. Dann ist oftmals die große Debatte beim Fully. Der hintere Dämpfer frisst mir einfach relativ viel Energie weg. Wenn ihr gerade bei der Sattelhöhe mit dem Thema nicht wirklich den sauber einstellt, verliert ihr viel, viel mehr Energie in den Oberschenkeln, als euch ein Dämpfer hinten dementsprechend wegfuttert, als aber auch ein anderes Problem. Deswegen ist das Thema Sattelhöhe und auch das Thema passendes Schuhwerk zum Radeln gar kein großartiger Fehler, sich mit diesem Thema mal zu beschäftigen. Weil man muss es früher oder später eh mal tun, dass man halt auch mal bequem längere Kilometerstrecken einfach zurücklegen kann. Und ich muss sagen, wenn ich wirklich Bock drauf habe, dann schaffe ich auch mal am Tag meine 100 plus Kilometer. Natürlich, klar bin ich danach auch kaputt. Aber mit der richtigen Sattelhöhe, da kann man schon mal auch relativ viel Spaß haben. Auch auf längeren Touren, weil das einfach relativ rund und relativ schön funktioniert. Wie gesagt, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Macht's gut und bis dann. Ciao! 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 Ciao!